Gisbert Heves ist ein deutscher Schriftsteller und Übersetzer. Er ist der Bruder von Hans Wilhelm Heves und Gabriele Heves. Leben Heves studierte von 1968 bis 1976 Anglistik und Hispanistik an der rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Während seines Studiums komponierte und interpretierte er makabere Chansons, die unter dem Titel Skurrile Gesänge 1981 auch auf Schallplatte veröffentlicht wurden. Anschließend arbeitete er als freiberuflicher Schriftsteller und Übersetzer spanischer, französischer und englischsprachiger Literatur. Unter anderem von Adolfo Bioikasares, Arthur Conan Doyle, G.K. Chesterton, George Brassens oder Mark Twain. Im Jahr 2004 lieferte Heves eine Übersetzung sämtlicher Sontexte von Bob Dylan, erschienen im Verlag Hoffmann und Campe. Bei den Werken von Radjad Kipling, Ambrose Biers und Jorge Luis Borges fungierte er nicht nur als Übersetzer, sondern darüber hinaus als Herausgeber der deutschsprachigen Gesamtausgaben. Außerdem gab Heves eine Auswahl von Georg Christoph Lichtenbergs Aphorismen unter dem Titel Sudelbrevier heraus und schrieb zahlreiche Beiträge für Das Literaturmagazin Der Rabe. 2005 übersetzte er Juhloftings Kinderbuch Dr. Doolittle und seine Tiere. Darüber hinaus verfasste Heves zahlreiche Romane und Erzählungen unterschiedlicher Genres wie zum Beispiel die Science-Fiction-Tetralogie um Dante, Barracuda oder Kriminalromane um den Anti-Helden und Universal-Dilettanten Bolter Samatzbach und den Agenten Widerwillen Mario Guderian. Die Geschichten um das Triumvirat wurden vom WDR als Hörspiel produziert und werden immer wieder im Rundfunk gesendet. Drei der Hörspiele sind 2006 beim Audiobuch Verlag als Hörbuch erschienen. Ein viertes wurde am 28. September 2007 mit neuen Sprechernler aufgeführt. Besonders erfolgreich sind seine mit großer Detailkenntnis und Einfühlungsvermögen geschriebenen historischen Romane aus der Zeit der Antike, in denen Heves oft das seit der Renaissance vorherrschende Bild durchbricht und historische Ereignisse aus einer neuen Perspektive beschreibt. Etwa die Geschichte Hannibals aus Sicht der nach dem Dritten Punischen Krieg untergegangenen Karthager. Weiterhin steuerte er zwei sogenannte Gastro-Romane zur Science-Fiction-Serie Perirodan bei. Der eiserne Finger Gottes erschien als Band 2289 der Heft-Roman-Serie am 1. Juli 2005. Der Tamaron folgte am 27. Juni 2014. Gisbert Heves ist Mitglied der Kipling Society in London und der Krimi-Autorin Vereinigung Das Syndikat. Als ein in Spanien gefragter Autor nimmt er jährlich an der Semana Negra im spanischen Chichon teil. Werk Kriminalromane Bolter sah Matzbach 1981 Mord am Millionenhügel 1983 Und oben sitzt ein Rabe 1984 Das Doppelgrab in der Provence 1985 Mörder und Marder 1993 Matzbachs Nabel 1996 Kein Freibier für Matzbach 1998 Schmusemord 2003 Ein Feuerwerk für Matzbach 2012 Finaler Rettungskurs 2015 Zwischenfälle Mario Guderian 1996 Das Kichern des Generals 2000 Andalusischer Abgang Weitere 1987 Das Triumvirat 1989 Die Schattenschneise 1990 Freudige Ereignisse 1996 Auf der Grenze 1998 Liebe, Tod und Münstereifel 2000 Ich träum im Grab von dir 2001 Eine böse Überraschung Science-Fiction-Romane Dante Barracuda 1986 Die Waffenschmuggler von Shilgate 1986 Die Mördermütter von Pesten 1986 Die Freihändler von Cadras 1986 Die Gipfel von Banyadir 1994 Traumzeit für Agenten 2007 Die Reisen des Mungo Katerrit Historische Romane Katago Hannibal Der Roman Katagos Deutscher Bücherbund Stuttgart 1989 Hemekas Garten Heine Verlag München 1999 ISBN 978-3453-142-992 Neu herausgegeben unter dem Titel Das Gold von Katago Heine Verlag München 2005 ISBN 978-3453-4-31317 Punkt Das Schwert von Katago Heine Verlag München 2005 ISBN 978-3453-01-2080 Die Mörder von Katago Heine Verlag München 2010 ISBN 978-3453-525-283 Die Dirnen von Katago Heine Verlag München 2014 ISBN 978-3453-268-531 Alexander der Große Alexander Der Roman der Einigung Griechenlandzählers Hafmens Verlag Zürich 1992 Alexander der Roman der Eroberung eines Weltreichs Asien Büchergilde Gutenberg Frankfurt am Main 1993 Alexanders Erben Alexander III. Heine Verlag München 2013 ISBN 978-3453-268-562 Jakob Spengler Die Rache des Kaisers Page und Empturner Verlag München 2009 ISBN 978-344-220-3017 Das Labyrinth von Ragusa Page und Empturner Verlag München 2011 ISBN 978-344-220-3017 Weitere Troja Heine Verlag München 1997 ISBN 978-3453-129061 Reier Btb Verlag München 1999 ISBN 978-344-2750-337 Roma Der Erste Tod des Marc Aurel Diana Verlag München 2001 Die Geliebte des Pilatus Btb Verlag München 2004 ISBN 978-344-275-1013 Cäsar Heine Verlag München 2007 ISBN 978-3453-265-509 Beowulf Die Geschichte von Beowulf und seinen Taten Insel Verlag Frankfurt am Main 2007 Insel Verlag Frankfurt am Main 2007 ISBN 978-3458-350064 Übersetzungen Sir Arthur Conan Doyle Eine Studie in Scharlachroth Werkhausgabe Band Erste Huffmans Verlag Zürich Sir Arthur Conan Doyle Der Hund der Beskabels Werkhausgabe Band Dritte Huffmans Verlag Zürich Sir Arthur Conan Doyle Die Abenteuer des Schüller Homes Werkhausgabe Band Fünfte Huffmans Verlag Zürich Bob Dylan Lyrics 1962-2001 Sämtliche Songtexte Deutsch-Englisch Hoffmann & Kampe Hamburg 2004 ISBN 9783-455-015-911 Robert Shelton Bob Dylan No Direction Home Sein Leben Seine Musik 1941-1978 Edel Germany München 2011 ISBN 978-3-8-419-00654 Radjad Kipling Über Bord Edition Büchergilde Frankfurt am Main ISBN 978-3-8-640-60601 Auszeichnungen 1981 Edgar Wallace-Preis 1989 Deutscher Krimi-Preis 1990 Kurt Laswitz-Preis 1991 Lesepreis der Stadt Bonn 1995 Deutscher Science-Fiction-Preis 1998 Niederrheinischer Literaturpreis der Stadt Krefeld 1999 Rheinischer Literaturpreis Siegburg sowie zahlreiche Auszeichnungen in Spanien, wo seine Bücher beim Verlag Edasa erscheinen Berlin 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 Vielen Dank.